Ich sehe nicht, weil das Thema mit ihrer Drecks-Piff-Paff. Sonst höre ich dich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4. Oh, da hinten ist ein Panzer. Mit Dark Devil Jin und... Boah, Bäm, Alter. Und mit mir, pass auf, hier links gleich. Ja, ja, ja. Da ist sie. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Der stand hier grad. Sieht nicht so aus. Er sagte, komm, rüber gelaufen noch. Ja, hinter mir. War was. Einen hab ich. Hier hinter der Wand ist noch einer. Oh ja, warte, im Haus auch noch einer. Noch einen? Ich werd von irgendwo geschossen, aber irgendwo. So, ich hab auch einen. Ja, wir spielen, ähm... Eroberung auf kassische Grenze. Ah, ich werd gemessert. Nein! An meiner Leiche. Ich wurde grad gemessen. Das ist ja... Nicht sehr schön. Haha! Hat er sich erschrocken. Haha. So, der Knick. Boah, hier... Die sind hier draußen. Da sind noch die... Muggis. Da ist einer. Den hab ich. Da ist noch einer. Da war noch einer. Da oben ist er. Ja. Ich geh hoch. Pass auf da. Hab ich. Da hinten rechts ist noch einer. Alter, was war das? Panzer. So weiß ich nicht. Oh, da hinten kommen sie. Da ist noch einer irgendwo. Habe ich auch? Nicht nur einer. Ja, den hatte ich schon angeschossen. Da kommen sie. Wieder. Alter, bin ich ne Killingmaschine, alter. Ach du Scheiße. Ja, und da holt mich der Sniper weg. Ganz bitter. Ja klar, mit seiner G18, alter. Na gut, wir sind's. Neusortieren, mal gucken. Ja. Mh... Was war C-Spawn? Ja, ne? Ja, was anderes gibt's ja leider nicht. Nicht denn hier leider nicht. Achso, wie. Ganz weit außen. Zu E, oder? Du ist da unten. E, 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 E. Na, mach ich schon. Alles klar. Alles klar. Weil er es leckt. Ja. Lecky. Denk ich aber. Drüben auf der anderen Seite sitzen sie wieder. Geh rechts rum. Da kommen sie. Was? Den Hals? Hier war auch irgendwo nur einer. Ist ja, glaub ich, sauber soweit, ne? Ich weiß nicht, ob die irgendwo einen Spawn haben. Zauber. Ja. Das weiß ich nicht. Hm. Ja, ja. Ja. Geh hoch, sehr schön. Hoch zu Delta, oder? Was wollen wir machen? Dünn. Ja. Aua. Wo ist der da? Wo ist der da? Da ist Charlie. Da ist der da. Hier brauchen wir einen Scan. Ja, da oben. Mann. Ich fordere den Scan an. Wieso machst du denn? Mann. Jetzt. Wenn er auf mich hört. Ich weiß es nicht. Wo ist er? Hier sind alle nach unten. Eine hab ich. Komm wieder hoch. Komm wieder hoch. Komm wieder hoch. Ich weiß zwar nicht, ob er sogar... Ja. Na klar. Ich wollte gerade meine Macken umzucken. Ich hab' ihn aber. Und den nächsten. Scheiße. Hinten rum kommt einer. Den hat er. Ich hab' keine... Conner. Dann hab' ich schön eine mit der Panzerfaust gegeben. Den nächsten! Hinter der liegt Munition, falls du brauchst. Versorgungsabwurf ausgeführt. Mh. Vor allem mal meine Panzerfaust nachleihen. Uh! Hier rechts ist einer. Den hab' ich. Geh mal rum. Ja. Bleib weiter hier stehen. Die sind unten drinnen. Die sind unten drinnen. 100 Prozent. Pass auf. Ich geh' mal den Berg hier hoch. Alles klar. Hinten rum, wenn du den Berg hoch bist, da sind ein paar. Super. Ah, der feindliche Kommando hat's gerne angefordert. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße. Mhm. Mhm. Ich geh' unten rum. Mhm. Mit dem Berg hoch. Guck mal, der hat gerade die Party verlassen. Ja. Schuss mit dem Mad Max. Wo, 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 wo. Feuer. Ja, haben wir doch gut eingenommen. Mhm. Können wir schon weiter zurück zu E gehen. Würde ich jetzt sagen. Ich bin schon fast der Meinung. Mvp. Typ wieder fe. Aua. Ja, mit der SVD. Ey. Und dann um Pole. Na toll. Was sind das denn für Ärsche, Alter? Ja, die kommen da rausgewandt. Ich bin bei dir. Pass auf, links, 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 links. War was? Hab ich? Aua. Von rechts. Von rechts. Von der Straße. Ich seh' nicht. Alter, das... Das Thema mit ihrer Dreckspiffpaff. Was sind das für Weichpinsen, ey? Meine Fresse. Was ist da hin? Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Oh, das ist Versorgung. Ich seh' gar nichts. So. Ach so, hier. Wurde uns... Wurde mir gesagt vom Kommander. Möcht' ihr bitte haben. Ja. Aua. Oha, hier... Scheiß, es vor mir. Die kommen jetzt aber alle hier. Ja. Jetzt kriegen sie schön Sniperfeuer von hinten in den Rücken. Sehr schön. Hm. Bringt bloß nix. Oh. Ich bin wieder hier am... Was soll ich dazu noch sagen? Halt den mal gerade, den Vogel. Ja. Wir kontrollieren jetzt Einsatzskill Echo. Ich muss halt bloß aufpassen wegen Grafettbewerfen. Naja. Umdrehen. Ich muss einmal... Da bei dem Turm. Da will ich mal einmal abscannen. Achso, bei... D, ja. Flicken. Alles gut. Oh nein, nein. Fang dich. Sehr schön. Ey, ich bin ausgestiegen. Da, ich werde gerade am notiert. Ich bin hinter dir. Gib mir eins... Mann. Gib mir eins, denn... Mensch, alleine schaff ich das doch hier nicht. Ich bin noch hochgelaufen. Wo ist da kam einer mit der PKP? Wo sind die anderen alle? Äh... Weiß ich nicht. Das ist ein Commander. Den kannst du an die Tonne treten, ey. Ja. Ich könnte schwören, der hat jetzt jeden Squad bestimmt von... Alle nach B geschickt. Sollen alle B einnehmen. Genau. Also B war auf jeden Fall von ihm markiert. Bats. Weg mit ihm. So. Ey. Ja. Letzte. Ja, ich bin voll. Bei mir ist noch einer drin. Da hat er die jetzt dabei die Klappe gemacht, oder nicht? Nur Noobs. Nur Noobs. Uns inklusive. Ja, es geht grad. Ich muss hier grad kurz gucken. Ich bin grad Delta ein. Verschrocken. Ja, mich holt er wieder. Ach, das ist doch... Ist doch für'n Arsch. Hast du den Squad offen? Nein, zu. Privater Squad. Dann macht ihr mal auf, bitte. Damit die Leute reinkommen. Damit Leute reinkommen. Hab ich. Einsätze, die Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Die, die. Hm. Hm. An alle Rufzeichen. Hm. Ja. Hast du dann angreifen und äußern die Füße. Hm. Steht da ein LAV. Ach, das ist doch zum Kotzen schon wie der Mann. Ich flipp gleich aus, echt. Reicht mir schon mehr. Achso, dass der beim Seitwärtskopf nicht schneller läuft. Ja, wusste ich doch. Hm. Nummer eins. Geh mir's ab. Steht hier unten, Beinster. Oh. Schieß den noch ab. Oh, mit der Mord. Oh, nein. So doof, die Leute, manche. Oh, überall sitzen sie und kämen. Und haben keine Eier. Und ja, und mit der MK-Mod und SVD. Und ach, nur Piff-Paff-Geballer. Material wird bald abgeworfen. Oh, Mann. Nur Schwule hier, ey. Nur Schwule. Wieso macht der jetzt so E? Jupp. Ich bleib' jetzt hier auch bei E. Da kannst du ein bisschen an den Ränder nicht mehr von A nach B rein. Ach, nein. Nein, Alter. Ja, das passiert. Ja, dann hab ich gleich wieder Schnauze voll für heute von diesem Kack-Spiel. Ach, wo war's da schon? Naja, was soll man machen? Es ist ein Kacka-Spiel. Einfachen scheiß Server. Scheiß Leute, nur Schwule. Und wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020